Ja, in der Tat ist diese Oper fast ein durchgehender Monolog des Orfeo, nur kontrastiert von sehr viel Tanzmusik und den Chören. Aber im Wesentlichen geht es so um diese Kunstproduktion anlässlich dieses enormen Verlustes der geliebten Person, sodass man auch das Gefühl hat, dass dieser Künstler gerade dadurch, dass er dieses extreme emotionale Erlebnis hat, noch mal mehr aufsteigt eigentlich in seinem Können als Künstler. Und es ist auch sehr bezeichnend, dass dann in dem Moment, wo er wieder mit der Euridice durch die Gunst der Götter zusammen sein kann, dass er plötzlich auch als singender Mensch geradezu verstummt. Also dann hat er gar keine Möglichkeiten mehr, sich so zu äußern, wie er das getan hat, als er unter diesem Schmerz gelitten hat. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.